Willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Mystery Dungeon Retterteam.dx Wir sind immer noch beim Kangama Lager Und ich würde gerne was abholen Und zwar einen Apfel Nehmen wir davon noch einmal einen mit Zink Wollen wir keine Äpfel nennen? Wir nehmen nur drei perfekte Äpfel Okay, dann müssen wir halt Auf jeden Fall gehen wir in den Fenster vor Ich finde, da können wir am besten trainieren Wir können hier auch solche nochmal machen Guck mal, seltsame Höhle können wir 5 Ähm Am meisten schätzen Und so weiter Wo wir hier irgendwie Wie die cooleren Pokémon finden Na komm, wir machen hier nochmal Ein paar Retteraufträge In der seltsamen Höhle Okay, das soll irgendwie ein Kegleon Laden sein Okay Guck So Gut So hurting So We're to real Can Das ist ja cool, wenn da mit Pipi mitkommen würde, ne? Ja, hier mal hoch. Ja, wir gehen weiter. Medite. Ja, wir gehen weiter. Wieso hat das jetzt kein Schang gemacht? Ja. 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 Ausrüstung gefunden. Das ist dann natürlich cool. Ausrüstung gefunden. Das war's für mich. Ausrüstung. 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 Okay, wir haben hier noch einen Auftrag. Da ist ein Schleimer, was schläft. Das ist eine Sack, also. Das war's für mich. Wir warten einfach bis das Gift das macht. Okay, das ist gut. Oh nein, alles Geld. Jetzt gibt es weg. Upp, da habe ich komplett ignoriert. Oh, auf jeden Fall ein Apfel. Oder irgendwas in dieser Dings. Oh nein, alles Geld. Ja, man kann sich auch mal verdrücken. Oh nein, alles Geld. 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 Ohnex möchte sich uns anschließen. Ja, klar. Ja, klar. Wollen wir mich jetzt schon verlassen? Ja, komm. Wir können doch nicht ohne Niva weitergehen. Fußtritt. Also Geröllhöhle brauchen wir. Fußtritt. Schlepf. Schlepf. 19 المstärk. 20. 20. 20. 21. 21. 22. 22. 23. 23. 23. 25. Ich würde mal sagen, wir machen hier einen Cut. Und wenn es euch gefallen hat, dauert erlassen und ablassen. Und schreibt die nächste Folge ein, wenn wir weiter suchen nach dem Saftkorn. Bis dann!